ist ja sowieso das klub dass du es gibt auch echt ja so kann man da hoch jetzt hier noch glas hin so 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 damals dann jetzt noch stein hin so so fakt zwar falscher stein oder noch egal so sein hoch ich bin grad zu blöd um eine leite hochzuklettern ja so holz noch mal holz noch mal da holz hin und dann kommt jetzt da glas hin nochmal und da kommt auch noch mal glas hin so und dann hat doch klappt so würde so und dann brauche ich jetzt noch mal glas und dann brauche ich wasser konnte man nicht auch mal holz einmal machen ich meine man konnte mal holz einmal machen oder das oder das überhaupt holz einmal gab das kann gut möglich sein ich habe seit über einem monat gespielt ich weiß es nicht mehr ich habe seit über einem monat nicht mehr gespielt ja dann hast du auch vieles verpasst ja ach nee besonders auf der version wie ich jetzt gerade spiele ja genau die jod hat block falsch gesetzt wieder glas für den arsch und ich werde schon wieder gerufen ja dann geh mal schnell ja ich bin sofort zurück und so ja passt schon ich komm doch so jetzt brauche ich wasser da hat mir gerade noch jemand rumschreien gehört voll geil so muss ich zwar bestimmt einfach gemacht machen wir dann unendlich unendliches wasser vorkommen brauche ich eh hier oben weil hier oben kommt ja noch so ein ding sind ne wisst ihr bescheid genau so 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 brauche ich nämlich nur vier mal rennen und nicht 5000 mal ja ja komm her stirbt petter so vielen dank ach und der creeper kam ich mal verbrennt jetzt eh elendig wenigstens habe ich jetzt noch sein zeug bekommen so das nimmt doch langsam gestalt an die können wir ja mal in den kommentaren finden finden sagen wie ihr das meisterstück da oben jetzt findet so denke sollte ganz sexy sein ach nee quatsch ich wollte ja ja genau so nochmal wasser holen so nochmal wasser holen so wieder zurück dann werde ich bald auch ganz viel fleisch und leder haben dann kann ich mir auch ein dingstable bauen und ja ach fuck warum gehe ich denn immer hier hoch so äh einen noch habe ich noch was zu fressen hier äh verrattetes fleisch aber egal das muss jetzt leider sein so anders geht es jetzt halt gerade mal nicht denn ich werde einen teufel tun und diese kühe jetzt schon schlachten oder wisst ihr was ich nehme jetzt so lange auf bis ich das hier fertig habe dann werde ich da jetzt noch eine plantage hin machen oder mal gucken ja vielleicht ah ich gehe immer hier hoch was will ich denn hier oben jetzt immer noch nicht dann noch ein oder habe ich jetzt einen fehler gemacht ich weiß es nicht mehr ja 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 so 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 jetzt darf ich hier allein unterhalter wieder spielen weil die mal immer wieder nicht da ist so ja unendliches wasser vorkommen so dann werde ich mal hier blenden so es sieht natürlich jetzt total scheiße aus aber aber ist mir jetzt natürlich gerade scheißegal und jetzt brauche ich erstmal wieder vollen einmal da ich weiß gar nicht wie ich da jetzt dran kommen soll ja es klappt hat funktioniert nein unter noch mal sollte mir vielleicht mal mehr einmal machen noch mal hoch nein nicht da rein man so nein 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 meine fresse fehl scheiße nein man alt hätte mir zum glück dieses scheißleiter hier hoch zu gehen glaube schon ja ich glaube dann springe ich halt dadurch wieder runter doch jetzt so hoch und da wieder runter und so hoch was war das denn jetzt und da wieder runter hoch und runter hoch und runter nein komm schon so ach ja dann wieder runter man kommt schon meine güte das war fail das war fail das war fail nein da runter warum würden das nicht gerade verdammt ich weiß gar nicht wohin weil dieses patch dings voll nervt so mann warum drückstehen immer kuh verdammt ich leg das gleich um nein habe ich ja schon so hoch jetzt gleich wieder was fressen da da nein da runter fack nein da würde ich auch nicht hin hoch da hoch da hoch da hoch da hoch da